hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rocket league ich bin heute hier im multiplayer und zwar wangt ja was gibt es sonst zu sagen ich bin mit einem profi und einem experten zusammen ich bin gegen einen experten ein veteran oder ein semi profi im hintergrund läuft gerade ein lied von rocket league als der offiziellen elf der beats der leader wie auch immer man das nennen soll songs soundtracks wenn sie es wollt und währenddessen ich hier erzähle es mein team schon dabei hier alles zu zerstören gucken wir uns das mal aus dem näheren an wir waren ziemlich weit weg läuft das nicht mal teamplay und fast werden das team team spexeln straße auf alle drauf von bleibe ich nicht händen alles cool jetzt nicht mitgebringt zu hoch minimal und auch mal die mitgebracht kommen alles klar läuft bei ihm einzelst Applaus die des ok Erst nochmal angucken hier. War es ein Eigentor? Locker. Locker war es ein Eigentor. Kann er auf jeden Fall mal machen. Den hauen wir erst mal weg. Ich würde schon sagen, der ist da langgekommen. Nein! Mal klar, dass ich ihn jetzt rauskicken. Upsala, habe ich den Team erwischt. Verstehe ich, warum die immer den Ball stärker treffen. Also, ich habe ihn ja auch getroffen, aber er hat ihn auch gewesen, die Stärke getroffen. Deswegen ist er ja Seilrichter geflogen. Was? Was? Was war denn das gerade für eine Parade von ihm? Ist sie hier noch drauf? Mal gucken. Oha! Er springt eiskalt rein und schafft sie wirklich rauszublocken. Aber da hat keiner mehr was gemacht. Läuft bei den Gegnern. Im Nachschluss habe ich ihn dann noch verwandelt. Oh. Boah! Das war knapp. Joa, kickt mich doch noch mehr da rum. Boah! Ähm... Team jetzt springt vorbei. Ich kläre das schon. Hallo! Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, aber das hat nicht so funktioniert. Ich muss mal ein bisschen die Gegner ausspielen. Oh. Alles klar. Wir trainen ein paar Runden in der Luft. Wir haben Zeit. Ich dachte, er geht rein, aber... Heute nicht, mein Freund. Oh. Komm, schieß. GG. Keiner trifft ihn. Oh. Komm, bringt ihn in die Mitte, Leute. Komm, bitte. Ich bin sauerhaft am triffteln hier. Machen trotzdem kein Tor. Versuchen sie uns auszutribbeln oder so in die Richtung. Erstmal weg damit. Joa, das war nochmal ein nice Match. Und ich bin Bronze 2. Läuft. Joa, ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Sonst werde ich mich von der Datei her zu groß und mein Internet ist immer noch sehr langsam. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung da. Weil euch... Äh, wenn ihr euch drauf freut, noch weitere dieser Folgen zu sehen. Also sowas so in die Richtung. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn man sich das weiß. Oder schreibt generell gerne Spiele, die noch rausgekommen sind, die ihr von mir gerne sehen würdet. Oder ähnliches in die Kommentare. Auch Spiele, die bald rauskommen, die ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder alte Projekte, die ich vielleicht zur Zeit nicht bringe. Könnt ihr auch, wenn ihr sie gerne sehen möchtet, in die Kommentare schreiben. Ja. Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.